Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Der Kasperus ist auch da, aber der spielt nicht mit. Ja, ich spiele da was anderes. So. Mal gucken, ob ich noch ein paar... Okay, ich hab auch nur Heilpflanzen hier. Sind nicht gut. Ihr habt sicherlich auch schon alle mitbekommen, die Rosen müssen unbedingt schwacher werden. Sind sie aber noch nicht. Oh, bitte. Das könnte noch ein Kill werden. Da seht ihr... Ja. Die jetzt kommt ein bisschen spät an, aber das ist halt... Nicht dieser normale Schlag, sondern ein großer. Kennen ja wahrscheinlich auch alle. Schöne Musik. Dimmel... Wird wahrscheinlich nicht erster, wenn die ganzen Rosen hier... Die... O-P-ste Klasse von allen. So. Oh Mann. Und meine Maus... Ist total bescheuert. Wegen irgendeinem Grund. Also ich hab sehr hohe Chancen auf den Sieg. Ah Mist. Mist. Zwei Leben hab ich noch. Damit kann ich bestimmt noch ganz viel reißen. Ah Mann. Die Rakete hat nicht mehr funktioniert. Creepy... Crap Games. Okay. Mein Speicher war voll. Deswegen ist die Aufnahme eben... Abgeschmiert. Doof. Naja. Oh ja, die hat ihn weggeholt damit. Sehr gut. Wir versuchen hier das Ding mal zu verteidigen. Ähm... Töte ich den nicht. Hä? Noch nicht mal ne Vorlage. Was ich da alles getan hab. Ja ist klar. Er hat seinen Mech gerufen. Mit dem Schnapper hier find ich gar nicht so gut den Level 313 Schnapper. Muss ich sagen. Es gibt bessere. Der hatte doch eh nix mehr, Alter. Sieben Leben oder sechs. Klasse. Bin aber trotzdem noch erster wegen meinem Erstschlag. Aber sonst bin ich ziemlich scheiße, muss ich sagen. Wird bestimmt noch besser an der Runde. Danke übrigens an alle Leute, die nette Kommentare geschrieben haben und mein Video geliked haben. Das ist super, dankeschön. So, den hab ich jetzt mal weggeholt. Autsch. Hört auf. Bitte. Hier ist noch ne Heilpflanze. Sehr gut. Hör, womit mach ich denn gerade Schaden? Hör, jetzt hab ich gar keinen damit geholt. Ich möchte den Feuerkorn haben, der ist auch ganz gut. Oh, jetzt hab ich noch einen geholt, jetzt bin ich tot. Gut. Mir gefällt der meist gut, aber wie gesagt, mit der Rose ist man einfach besser. Man braucht keinen Skill, man kann draufhalten. Es macht, wenn man spielt, zwar Spaß, aber irgendwann wird's langweilig. Und wenn man gegen die Rosen spielt, macht's überhaupt keinen Spaß. So sieht's aus. Krieg ich den? Krieg ich den? Den hab ich geholt. So. Wo? Warm, da ist mal ein fettes Teil. Sieht auf jeden Fall saunice aus. Die gehen gleich rein, ich mach's nicht so auf. Oh nice, ich werd wieder sterben. Es macht's aus. Alter, gehen. So, oh, oh. Wollte schon mal ein fettes Teilchen. Oh, Mann. Heil mich. Please. Yes. Hör? Aber bei mir steht nicht Mechabschuss. Das heißt, ich hab irgendjemand anders getötet, aber womit? die frage schade und er wird die wand übersehen scheiße ist hier noch jemand und verklickt habe ich mich oh man die ersten dingen raus aus dem kriegt er noch da steht nicht mehr mich abschluss wenn man die kill und der kill kommt so richtig verzögert naja aber muss sagen die server laufen sehr gut dafür dass es der erste tag ist wo jetzt alle spielen können sehr gut es hängt überhaupt nicht das ist echt nice haben sie sich ein lob verdient was ich habe 250 schaden gemacht und er ist nicht gestorben haben sie es eingenommen ich wäre dafür dass sie es einnehmen weil dann die runde länger dauern würde aber jetzt nichts zu machen ist ja auch doof weiß ich noch nicht schmeißen wir eins rein lassen aber so ein bisschen in ruhe leute jeder durch die ganze zeit man ist der dumm der schmeißt ja gar nicht dieses große ding ich habe es bei dem anderen korn und denkt die ganze zeit für dieses große dinge schleudern macht aber gar nicht leute ich würde sagen die runde haben wir gewonnen schade naja immerhin sind wir erster geworden ich würde sagen wir machen dann auf jeden fall direkt noch eine weil irgendwie bei granrohr fährt zwar ist es so man nimmt halt einfach nie ein haben wir denn auch ein erfolg bitte ja ja mann wir können jetzt einen neuen charakter öffnen ich mach keine pack auf den auf jeden fall erstmal nicht hallo vorlagen meister weil ich so lange ich warten will einfach wenn ich zwei millionen uns irgendwie ersparen viel zu langweilig 79.000 sehr gut so dann kaufen wir mal ein spielcharakter pack der park ranger yes nice aber ich werde wenn es geht zur pflanzenseite gehen um nicht gegen die rosen zu spielen waffe fallen und wenn nicht dann spiele ich mit dem park ranger bis gleich leute tschau so da sind wir auch schon wieder auf der mond basis z mit dem park ranger ich gucke jetzt mal wie der ist ich weiß nicht ob der gift schaden macht ich glaube aber schon das sieht auf jeden fall echt cool aus aber ich verstehe nicht warum der so ein macht der gift schaden nein macht er nicht manchmal echt manchmal na ich weiß es nicht ich glaube wenn man die abschießen würde dann ein bisschen einen anderen schickern hier vom gehör zu spielen ich bin gegen rosen leute ihr wisst was das heißt wird nicht gut sein er gefällt mir aber eigentlich ganz gut ich bin nicht gut aber er gefällt mir gut nein der ist klasse plizzi na der ist richtig klasse man kann ja nicht durchschießen doch ach stimmt man ist ja auf dem mond alter ich dachte ich bin viel schneller krieg ich den bitte nein nein das ist so eine klasse die macht schnell wenig schaden und dann krieg ich nicht so viel kill und wir haben schon den ersten garten verloren hui ah ja stimmt hier ist ja die kapseln hier haben wir normale schwerkraft finde ich ganz cool eigentlich dass wir das so gemacht haben achtet einfach nicht so aufs gameplay doch doch dieses geräusch hier oh man pflanzen attacke hier ich krieg aber auch echt nichts ne ich krieg gar nichts hin wenigstens einmal und direkt tot wahrscheinlich von der höh das kann nicht sein oder kann der spucken weil ich war ja schon längst in der luft stand da gerade spucker ich weiß nicht Leute mal wieder so 250 schaden krieg aber keinen kill und eine rose oder mir gefällt er gut aber fehlt noch was ach die geschosse explodieren das sind die drei schaden der macht keinen gift schaden hier so ein bisschen explodieren die ok ok jetzt check ich's erst Leute versteh ich's erst aber irgendwie läuft's mit dem echt überhaupt nicht gar nicht ich hab noch keinen kill oder einen ich glaub ich bin letzter oder? bin ich letzter? ne ich bin nicht letzter aber nah dran aber nah dran wow kill herzlichen Glückwunsch der schnapper hier noch ein kill bitte jetzt mal ne große serie aber dieses quietschen stört mich ein bisschen die rakete ist kleiner geworden glaube ich weil ich hab ein schlechter ist jetzt komm jetzt läuft's vielleicht mal ein bisschen ich weiß nicht ist es eine der besten klassen sie sieht sau cool aus und schießt schnell eigentlich ist sie gut aber es ist nicht so meine klasse halt aber generell ja schon nice so ich will gar nicht erster werden den anspruch habe ich gar nicht hier aber so dritter wäre schon nice ich hab sauviele Roboter weil ich mir immer die Packs hier hole ne na ich hol mir eben nie die Packs das Problem man sieht wie stark die Rose ist die hat gar nicht hingeguckt die hat einfach irgendwo hingeschossen und einen kill gemacht ich dachte gerade 42 Minuten aber es sind 24 das geht ja noch hier noch ein kill oh schade ich wäre fast noch reingelaufen hier ein bisschen hin smocken na 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 nice war zwar nicht schwierig aber trotzdem nice sooo da sind wir wieder ok jetzt der teleporter der garten wurde eingenommen der friedhof in dem fall das aber auch schon aus immer so gesagt bestimmt auch immer garten wie ich ich will gar nicht wiederbelebt werden manchmal kann man nichts gegen machen aber ich habe ja volles leben habe ich gerade vergessen dass man doch dennoch dieses spieler sterben ist so verzögert manchmal aber ich muss sagen die runde geht euch auch klar mit der zen karakter muss ich mich noch einspielen auf jeden fall nein du klausel den kill nicht junge sehr gut schnapperschrotter bekommen alter drei sterne ich hatte schon mal 1,25 ich weiß nicht wo das hin ist wo das hin ist wasen ich kann die hier alle von hinten angreifen irgendwie bringen wir das nichts aber noch Eis elektronische erbse der gallium schon wieder hier wer die letzten folgen nicht gesehen hat der kann dafür mal vorbeischauen da habe ich mit der feuerhose gespielt und mit wer mich noch gespielt weiß ich gerade gar nicht müssen wir mal gucken was ist das eigentlich für ein ach das ist ein stinktier das ist das geräusch ich dachte ich dachte was ist das für ein tier rein schießen kill machen man hat es nicht funktioniert den hol ich mir noch weg den hole ich noch das weiß ganz genau das weiß ich anscheinend nicht wer die rose weniger ziel suchend ganz wenig also halt so ein ganz klein bisschen das ist ok aber so zu stark level up ist der hier ich versuche den mal wieder zu überleben nein das wird auf jeden fall nicht funktionieren tot rose das ist eine solche das ist so cool mit dem bohrer hier sieht so richtig cool aus haben sie gut gemacht haben sie echt gut gemacht oh hä oh ne was war das denn aber die map hier gefällt mir richtig gut vor allem der garten hier rosen rosen überall überall rosen alter warum denn warum müsst ihr rosen spielen die seuche verbreitet sich aber es ist bei dieser runde gar nicht so schlimm es geht ja noch viel schlimmer du kannst nichts machen egal wie gut du bist du kannst nichts gegen rosen machen die haben jetzt überall kacktänen genommen weil man hier gut snipen kann verstehe ich auch da war zu weit unten oder ja ein bisschen so ein ganz kleines bisschen wie die banditen kacktäne aber nur so ein bisschen schießt er ich frage mich warum das stinktier keinen gift schaden macht so ein ganz nett hier den krieg ich doch den krieg ich doch den krieg ich doch ne oh 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 die Gifterbse aber die sehe ich gar nicht mehr so auf ihn gar nur für eins da gibt es erbsen die werden mehr gespielt das finde ich sehr gut dass sie die verschlechtert haben verbessert das wäre es auch noch gaiu geh weg man das war doch bestimmt sauknapp naja es geht das war jetzt zwar nicht mehr die 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 Ah, ne Ziege. Da hat man wieder richtig viele Chancen. Spezialist. Wie kriegt man dieses Zeichen Spezialist hier links? Sagt mir das mal. Was ist? Der hat mich ja gerade gesagt, ich verkoste. Kannst du den Bitterflot sagen, dass ich gerade noch aufnehme? So, da haben wir noch einen Kill. Und das haben wir jetzt auch schon eingenommen. Oh, 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 kriegen wir die Rose noch. Jetzt hat schon jemand anderes Gold, aber die hier vielleicht. Zielsuchend gegen Nicht-Zielsuchend. Ah, Mann. Woll vom... Keine Ahnung. Wow, was war das? Diese Map ist so cool. Hui. Hui. Boah, Leute, schaut euch das an. Krass. Hier war ich noch nie, weil noch nie sind die Pflanzen so weit gekommen, als ich dabei war. Ah, er zieht ein bisschen. Aber der Flächenschaden ist ganz cool. So. Ist das eine Sniper-Klasse oder nicht? Ich weiß es nicht. So. Boah, ich dachte schon, ich falle in irgendeinem Graben. Ist das ja typisch gewesen. Yes. Yes. Nein. Yes. Der hat den Kill bekommen. Da freue ich mich jetzt, dass nicht der andere den Kill da bekommen hat. Jetzt nehmen die das ja auch noch ein, oder was? Leute. Wenn die doch wohl jetzt hier nicht noch schaffen. Wäre eigentlich ganz cool, das Minispiel nochmal zu sehen, aber dann wäre die Folge halt so lang. Ich weiß es nicht. Boah, es sah richtig cool aus, wie die hier angekommen ist, die Fähigkeit. Oh. Eine Sekunde früher. Oder später. Kommt drauf an. Das heißt, die Rosen sind einfach viel zu stark. Aber ich bin froh, dass nicht jeder gerade die Rose spielt. Sondern, dass es ausgeglichen ist. Weil wenn die jeder spielt, dann kann man auch mal vom Schock. So, hier reinwerfen. Man macht halt auch noch Nachwirkenschaden. Und die Dinger nachher noch explodieren. Aber ich will mal im Stinktier, hätten sie Giftschaden reinbringen können. Ne, irgendwie treffe ich den nicht. Das Minispiel. Sehr gut. Bam. Oh. Der ist wieder zurückgegangen. Oh, Sören. Ich bin tot, Leute. Bei anderen Klassen kannst du im 1-1 locker gewinnen. Oder 1 gegen 2 auch. Aber bei Rosen. Sogar kein Schuss. Stirb noch. Die hat nur noch 8 Munition, glaube ich, die Gifterbze. 8. 8. Okay, das sieht ganz schön aus, hier. Denn, ja, gefällt mir. Wah. Sehr erfolgreich. Das Ganze. Mit dem Elektro-Schock hier oben. Alter, ich treffe nicht. Die Kugeln müssen da reingerollt werden. Ja. Der wollte mich, glaube ich, gar nicht treffen. Der hat einfach aus Versehen, weil die Dinger zielsuchend sind, nicht abgeschossen. Ich sehe die Leute manchmal nicht, ne? Soll ich das vielleicht nicht immer so auf was sagen? Ich bin einfach daran, dass ich mich hier konzentrieren muss. Kennt ihr ja selbst, wenn ihr Videos macht. Oh, nein. Ich wusste, dass der hat gar nichts mehr gehabt. Dritter Platz. Ah, Punkt für die Pflanzen. Ja, irgendwie habe ich mir das auch noch nicht mitgeholfen. Da kann ich mich nicht beschweren. Die Leute sterben aber auch echt immer vor mir. Die sollen das nicht schaffen. Nein. Ich habe mich auch noch eine scheiß Ziege. Wieso bin ich so lange eine Ziege? Okay. Schon wieder tot. Das ist echt. Und die hat wahrscheinlich auch gar nichts mehr. Ja, ich habe echt Pech. Ich glaube, mit dem muss man ein bisschen weiter weggehen, oder? Ich kenne die nicht. Ja, war nicht schlecht. War nicht gut. Nee. Der Sen-Kaktus schon wieder. Ich reiße gar nichts bei dem in die Spiel hier. Kann das sein? Nichts. Ja, gerade in Roche 1 war ich eigentlich immer Erster. Aber hier ist das irgendwie anders. Ach, die Rosen, ey. Oh, wir werden das verlieren. Schon wieder ein Punkt für die 3-1. Nee, 5-1. Okay. Ich dachte, wir hätten 3-1. Die Elektro absolut nicht auch haben. Die sieht so saucool aus. Aber sie wirkt nicht so stark. Ich glaube, es ist vorbei. Oder? Nee, es dauert noch. Eine Minute. Das werden wir sowieso nicht mehr schaffen. Deswegen muss ich eigentlich ja gar keine Mühe mehr hier geben. Und man kriegt eh die gleichen Münzen. Also, man levelt ja nur schneller, wenn man besser ist. Das finde ich doof. Echt doof. Was bringt einfach, wenn man gut spielt? Ey. Keine Vorlage. Was ist das denn? Da hat er mich noch. In dem Minispiel habe ich glaube ich keinen Kill bekommen. Kann das sein? Ich bin trotzdem Zweiter. Frag mich nicht warum. Junge. Geh weg. Echt. Geh einfach weg. Oh, ich dachte, ich hätte einen Kill damit mal geholt. Oh nein. Leider nicht. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. 7-0. Naja. Unser Magnet ist zerstört. Schade. Off. Wenigstens haben wir die Map mal ganz gesehen. Das ist doch schön. Null Münzen. Gesamt. Ja. 22.000 ist doch ganz okay. Nicht dabei, ja. 67 Kills 20er Serie. Diese eine Rose. Warum? Macht ihr die so gut? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.